Hallo, mein Name ist Andrew und ich möchte euch die Geschichte erzählen, wie ich mit dem Mädchen, auf das ich stand, im Aufzug stecken geblieben bin. Ihr Name ist Allison und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ohne jemand anderen in der Nähe so viel Zeit mit ihr verbringen könnte. Es war sowohl ein Segen als auch ein Fluch, so viel kann ich euch sagen. Allison war ein absolut wunderschönes Mädchen. Sie hatte die hübschesten blauen Augen und dunkles kurzes Haar. Sie war auch das klügste Mädchen in meiner Klasse. Ich bewunderte Allison, war aber zu schüchtern, um mit ihr zu sprechen, sodass sie nicht einmal wusste, dass ich existierte. Die perfekte Gelegenheit, diese Tatsache endlich zu ändern, bot sich gleich nach dem Ende des Unterrichts an einem langweiligen Freitagnachmittag. Die meisten Schüler waren bereits für das Wochenende abgereist und ich sah Allison in den Aufzug steigen. Sie ging wahrscheinlich in die Bibliothek hinauf, um ihre Bücher zurückzubringen. Ich eilte zu ihr, ohne auch nur zweimal darüber nachzudenken. Wenn ich mit ihr in den Aufzug steigen würde, hätte ich vielleicht endlich die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Ich wollte so viel über Allison herausfinden. Was sie mochte, was sie hasste, was ihr Lieblingsbuch war. Ich hatte sie schon so lange aus der Ferne bewundert, aber ich wusste fast nichts über ihr Privatleben. Ich wollte diese Tatsache ändern und ich wollte, dass sie auch mehr über mich erfährt. Ich wünschte, dass sie mich vielleicht interessant finden könnte. Und vielleicht, nur vielleicht, konnte ich den Mut aufbringen, sie tatsächlich zu einem Date einzuladen. Ich hatte so oft von diesem Moment geträumt. Es gab so viele Witze und niedliche Bemerkungen, die ich mir vorstellte und in jedem imaginären Gespräch lachte und grinste sie ständig. Sie war an mir interessiert, zumindest in meinem Kopf. Aber in der realen Welt kannte Allison nicht einmal meinen Namen. Vielleicht war dies meine Chance, diese Tatsache endlich zu ändern. Das Problem war, dass ich mich beeilen musste, um zum Aufzug zu gelangen, bevor sich die Tür schloss. Ich wünschte, sie hätte mich nicht rennen sehen, denn das wäre so lahm gewesen. Ich klemmte tatsächlich meinen Fuß zwischen die Türen, um zu verhindern, dass sie sich schlossen, und schaffte es gerade noch rechtzeitig hinein. Als ich eintrat, schenkte sie mir ein süßes kleines Lächeln und schaute dann wieder nach vorne. Wie ich mir schon gedacht hatte, war das Stockwerk, das sie gewählt hatte, das, das zur Bibliothek hinaufführte. Sie war so verantwortungsbewusst und belesen. Ich weiß, das mag für manche Leute nicht nach erstaunlichen Eigenschaften klingen, aber für mich hat es mich nur noch verliebter in sie gemacht. Jedenfalls versuchte ich immer wieder, mit ihr zu reden und wusste, dass die Fahrt mit dem Aufzug super kurz sein würde, aber jedes Mal, wenn ich versuchte, meinen Mund zu öffnen, wurde mir übel im Magen. Als ich dachte, alle Hoffnung sei verloren, passierte etwas Seltsames. Der Aufzug schaukelte plötzlich hin und her und kam dann plötzlich zum Stillstand. Wir stürzten fast zu Boden, aber ich schaffte es, sie festzuhalten, bevor sie stolperte. Am Ende hatte ich meine Arme um sie geschlungen und lehnte mich mit dem Rücken an die Wand des Aufzugs, um mein Gleichgewicht wiederzufinden. Sie errötete und dankte mir, während sie sich wieder aufrichtete. Ich fühlte mich schrecklich, dass ich sie nicht mehr in meinen Armen hatte, aber ich konnte sie das nicht wissen lassen. Also lächelte ich nur schüchtern und zuckte die Achseln. Wir versuchten beide herauszufinden, was mit dem Aufzug nicht in Ordnung war, aber er schien einfach stecken geblieben zu sein. Also drückten wir den Notfallknopf und beschlossen, dass es am besten sei, auf Hilfe zu warten. Sie warf mir ein paar unbeholfene Blicke zu, aber wir standen die ersten ein oder zwei Minuten in völliger Stille da. Schließlich stellte sie sich vor und ich tat so, als kannte ich ihren Namen noch nicht. Ich sagte ihr, dass ich dachte, ich hätte sie in einigen meiner Klassen gesehen und sie schien überrascht. Anscheinend hatte sie mich vorher noch nicht einmal bemerkt. Das tat irgendwie weh, aber ich schüttelte es einfach ab. Die Vergangenheit spielte keine Rolle mehr, nur noch die Zukunft. Und wenn ich meine Karten richtig ausspiele, gäbe es vielleicht sogar eine Zukunft für uns beide. Das Gespräch war zugegebenermaßen anfangs etwas unbeholfen. Wir sprachen über den Unterricht und das Wetter und wir blieben immer wieder in dieser unbehaglichen Stille stecken, bevor es einer von uns wieder zu sprechen wagte. Nach einer Weile versuchten wir wieder auf den Knopf zu drücken und hörten es klingeln. Sicherlich würde uns in Kürze jemand zur Seite stehen, dachten wir. Schließlich war die Glocke wirklich laut. Also fingen wir an, offener zu sprechen und das hat mich beruhigt. Sie war wirklich lustig, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das Problem war, die Minuten vergingen und niemand kam, um uns zu helfen. Da begannen wir wirklich nervös zu werden. Allison und ich beschlossen, um Hilfe zu schreien und gegen die Wände des Aufzugs zu klopfen. Niemand antwortete uns. Ich überprüfte die Uhrzeit und stellte fest, dass zu dieser Stunde bereits alle Schülerinnen und Schüler und wahrscheinlich auch die meisten Lehrerinnen und Lehrer gegangen waren. Wir saßen darin fest und mussten vielleicht das ganze Wochenende in einem Aufzug eingeschlossen bleiben. Wir fingen sofort an, richtig auszuflippen. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir uns beruhigt haben. Sie war in Tränen aufgelöst, aber ich erinnerte sie daran, dass unsere Eltern sich bald Sorgen machen würden. Deshalb müssten wir vielleicht ein paar Stunden warten, aber irgendwann würde jemand kommen, um uns zu helfen. Oder zumindest hatte ich das gehofft. Sie schien mir zu glauben und wischte ihre Tränen weg. Ich meine, ich weiß, dass wir beide verstanden, dass selbst wenn unsere Eltern merkten, dass wir verschwunden waren, sie vielleicht nicht daran dachten, uns in der Schule zu suchen. Aber es war ein beruhigender Gedanke und wir hielten beide daran fest. Panik würde eine schlechte Situation nur noch schlimmer machen. Ich schlug vor, ein Spiel zur Entspannung zu spielen und sie stimmte zu. Wir setzten uns beide auf den Boden und begannen, uns gegenseitig Fragen zu stellen. Je mehr wir spielten, desto kühner und alberner wurden die Fragen. Ich habe wirklich viel über Alison erfahren und ich habe ihr viel über mich erzählt. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben jemandem näher gefühlt. Es schien der richtige Zeitpunkt zu sein, um ihr meine Gefühle für sie zu gestehen. Ich wollte es endlich tun. Ich wollte Alison sagen, dass ich in sie verliebt war und dass ich mit ihr ausgehen wollte. Aber bevor ich es schaffte, etwas zu sagen, platzte ihr plötzlich heraus, dass sie schwanger war. Ich stand unter einem absoluten Schock. Ich fragte sie, wovon sie redet. Anscheinend hatte sie dieses Geheimnis zwei Wochen lang unter Verschluss gehalten und sie kam damit nicht mehr klar. Sie musste es jemandem erzählen und ich schien ein so süßer und vertrauenswürdiger Typ zu sein. Alison erklärte, dass sie mit diesem Typen von einer anderen Schule zusammen war und dass sie nicht einmal gemerkt hatte, dass sie schwanger geworden war, bis die Morgenübelkeit einsetzte. Sie versuchte, ihm davon zu erzählen, aber der Typ war anscheinend nicht sehr nett. Einmal fing er an, darüber zu scherzen, dass er sofort davonlaufen würde, wenn eine Tussi jemals versuchen würde, ihn mit einem Schwangerschaftstrick zu fesseln. Ja, er benutzte das Wort Tussi. Was ein Mädchen wie Alison mit so einem Typen wollte, konnte ich nicht verstehen. Sie war sich sicher, dass er denken würde, sie sei schwanger geworden, um ihn zu zwingen, sie zu heiraten. Also wagte sie nicht, es ihm zu sagen. Und ihre Eltern wären super wütend und enttäuscht von ihr. Alison sagte mir, dass sie sich festgefahren fühlte und nicht wusste, wo sie Hilfe holen sollte. Ich sagte ihr, dass sie sich nicht so fühlen müsse. Es war ein Rückschlag, aber sie war klug und stark genug, um durch alle Widrigkeiten zu kommen. Sie war so dankbar und nannte mich lieb und gab mir ein Küsschen auf die Wange. Es war der beste und schlimmste Moment meines Lebens. Ich genoss den Kuss, aber ich wusste auch, dass sie jetzt mit einem anderen Kerl ausging. Also ja, man kann sagen, es war ein bittersüßer Moment. Das Problem war, dass es draußen schon richtig dunkel wurde und niemand gekommen war, um uns zu suchen. Wir waren beide sehr hungrig und wussten nicht, wie lange wir da drinnen festsitzen würden. Wir machten uns wieder einmal große Sorgen, dass uns bis Montag niemand retten würde. Ich hatte ein paar Cracker und ein paar Reste von meinem Mittagessen, das ich mit Alison teilte, was schließlich zu unserem Abendessen wurde. Auf neckische Weise sagte ich ihr, dies sei eine Art Date und sie lachte über meinen Witz. Es war jedoch kein wirklicher Witz oder zumindest hoffte ich, dass es das nicht war. Wir schliefen in dieser Nacht kaum, zu besorgt und ängstlich, um uns auszuruhen. Aber sie legte ihren Kopf auf meine Schulter und machte ein kurzes Nickerchen. Alison war so warm und roch so gut. Es war so verlockend, sie dort zu haben, so nah bei mir. Der Morgen kam und noch immer gab es kein Anzeichen, dass jemand kommen würde, um uns zu retten. Wir wurden durstig und wir teilten die letzten Tropfen Saft, den sie in ihrer Tasche hatte. Das war alles. Von da an hatten wir nichts mehr zu trinken oder zu essen und es war erst Samstag. Wir fingen wirklich an auszuflippen, aber ich wollte sie nicht wissen lassen, dass ich Angst hatte. Schließlich war sie schwanger und Stress war nicht gut für das Baby. Ich versuchte sie abzulenken, indem ich ihr dumme Geschichten erzählte und über mein Leben sprach. Ich stellte ihr auch viele Fragen über ihr Privatleben und nach und nach brachte ich sie dazu, sich zu beruhigen. Es war so eine Erleichterung. Als ich sah, dass es ihr besser ging, konnte ich mich auch entspannen. Wir unterhielten uns stundenlang und genossen wirklich die Gesellschaft des Anderen. Sicher, die Situation war schrecklich, aber wenigstens hatten wir einander. Gegen Mittag entschied ich schließlich, dass ich nichts zu verlieren hatte. Ich gab meine Gefühle für sie zu und sagte Alison, dass ein Typ wie ihr Freund sie nicht verdient hätte. Wenn sie bei mir wäre, würde ich ihr helfen, sich um ihr Baby zu kümmern. Zuerst war sie total überrascht, aber einen Moment später lächelte sie. Alison sagte mir, das sei das Süßeste, was je jemand zu ihr gesagt habe und dann küsste sie mich. Ich konnte nicht glauben, was da passierte. Der Kuss war alles, was ich mir vorgestellt hatte und noch mehr. Es war wirklich ein magischer Moment und ich vergaß komplett, dass ich in diesem Aufzug gefangen war. Plötzlich hörten wir Geräusche, die aus einem Stockwerk tiefer kamen. Jemand schrie ihren Namen. Wir riefen zurück, erleichtert und überrascht. Es war der Hausmeister der Schule, begleitet vom Direktor und Alisons Eltern. Sie wussten, dass ihre Tochter niemals auf diese Weise verschwinden würde und dass sie auf dem Weg zur Bibliothek war. Also kontaktierten sie den Direktor der Schule. Niemand wusste, dass ich dort war, aber später erfuhr ich, dass meine Eltern zur Polizei gegangen waren. Das Problem war, dass sie keine Ahnung hatten, wo sie mit der Suche nach mir anfangen sollten. Eine halbe Stunde später wurden wir befreit und ich war noch nie so erleichtert. Alisons umarmte ihre Eltern und dann platzte es aus ihr heraus, dass sie schwanger war. Sie waren so erleichtert, dass es ihr gut ging, dass sie nicht wirklich wütend auf sie waren. Also in diesem Aufzug stecken geblieben zu sein, war vielleicht doch ein Segen gewesen. Schon am nächsten Morgen bekam ich eine SMS von Alisons, in der sie mich bat, mit ihr abzuhängen. Sie hatte ihren nichtsnutzigen Freund abserviert und wollte wissen, ob ich wirklich meinte, was ich im Aufzug gesagt hatte. Ich sagte ihr, dass ich es ernst meinte und bat sie offiziell um ein Date. Das war vor fünf Jahren. Jetzt sind wir verheiratet und ich habe Alisons Tochter adoptiert. Sie ist das erstaunlichste kleine Mädchen der Welt. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wart ihr jemals in jemanden verknallt, der nicht einmal euren Namen kannte? Erzählt uns alles darüber in den Kommentaren. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die anderen Videos anzusehen.